Im Helikopter, wenn du da weißt, wie viel im Nack ist, habe ich mich froh mitgebracht. Sobald man ein Windchen hat, dann sage ich dann 3, 2, 1, GO! Wenn wir uns nach vorne orientieren wollen, die erste Sekunde gibt es sogar einen Impuls zurück, so dass es gewisse zurück ist, auf den Beinen stehen bleiben und immer nach vorne orientieren, wenn wir nach vorne laufen können. Und wenn ich sage links ein bisschen links, wenn ich sage rechts rechts, wenn ich nichts sage, kommt da gerade raus. Wenn etwas nicht so ist, wie es jetzt ist, sage ich stopp. Ja. Du bist bereit? Ja. Gut. Dann fährt noch ein Windchen. Das ist doch gut. Das ist doch super. Ja, ja. Ich habe gedacht, das ist scharf, aber ich bin nicht überhaupt kein Profi denn. Ja. Ja. Jetzt geht kein Zeit. Ja. Der Wind ist jetzt relativ beschwungen, aber wir haben eine kleine Aufwind. 3, 2, 1, 5. 31, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020